Ja, letzte Woche unglückliche 1-0 Niederlage gegen Osnabrück. Wie habt ihr die Niederlage aufgearbeitet? Ja gut, wir hatten jetzt ein paar Tage zum Durchpusten. Die Tage danach waren natürlich schon die Stimmung am Boden, aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Nach so einer Niederlage ist aber jetzt abgehakt und jetzt ist voller Fokus auf Brunschweig. Was erwartest du für ein Spielsamstag? Ja, beide Mannschaften schwächeln momentan ein bisschen, was die Ergebnisse angeht. Nichtsdestotrotz steckt eine enorme Qualität innerhalb der beiden Teams und wir müssen versuchen, unsere Leistung auf den Platz zu bringen, jeder Einzelne, das als Team gut auflaufen und wird wahrscheinlich ein sehr umkämpftes Spiel. Aber beide Mannschaften forcieren auch, Fußball zu spielen, selbst auch die Braunschweiger von hinten heraus. Von daher wird es sicherlich eine gute Zweitliga-Partie.